Okay, los, weiter! Komm runter, bitte! So, hier die Seite! Oh Gott, wie viel kommen denn da noch? Ist das da noch eine Bombe? Hör, hatte ich die ganze Zeit nicht, glaube ich. Oder? Nö. Ach, da sind noch welche! Komm, 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 komm! Ja, ja, ja! Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen! Was reizt? Oh, scheiße, ich habe mich mit mir gehalten. Ich habe wieder... Los, wir müssen hier durch! Ja! Ach man, das gibt es doch nicht! Hier stehen wir hier im Weg! Okay, ich bin da! Da ist der Schädel von sonst was! Ja, nimm ihn! So, wo müssen wir lang? Findet einen Eingang zur Schattengalerie! Muss wir hier runter? Ich spring da jetzt! Okay, stirbst du? Nein! Okay, dann komm mit! Was ist das denn? Ein Feld? Ne, ich glaube, wir müssen... Nein! Ach, wo wollt ihr denn hin? Ach, da ist eine Leiter! Kann ich verstehen! Eine Kiste! Okay, öffne die Kiste! Eine Bombe! Ja! Willst du die Bombe? Okay, Bombe, Bombe nehme ich! Bombe nehme ich! Okay! Hier hoch! Aber wir sind wieder da draußen! Da ist, da ist, äh... Auf, auf, auf! Strangler! Strangler tot! Das! Ah, äh... Hier runter? Hier hoch! Prostloser Ausblick! Wer nennt solche Orte so? Vielleicht derjenige, der hier wohnt? Das muss doch ein Depri sein! Hä? Hä? Krass, wie das hier aussieht! Guck dir das mal an! Ah, sehr schön! Ah! Da freue ich mich schon auf den anderen Zusatzpark... Ist hier irgendwas? Huh! Mann, jetzt schiebt mich doch nicht immer! Ihr... Alle! Denk immer, hier ist wer! Äh... Hi! Schädel eingeschlagen! So! So, wo müssen wir lang? Da geht's irgendwie lang, oder? Ja, da ist ein Loch im Boden! Okay! Strangler ist dead! Da geht's... Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier lang, oder? Ja, da unten ist ein Hebel! Kommt ihr? Alle weg! Follow me! Oh! Ich hab ne Magic Fackel! Ja! Oh ja, gut! Okay, dann... Verteidigt mich, bitte! Hier ist was! Hallo! Darf ich auch was haben? Danke! Achso, seid ihr da? Okay! Hier geht's nicht rein! Ach, hier! Hier ist ne Treppe! Ah! Verteidigt ihr mich? Ja, Moment! Von oben kommen welche! Ist Gruber bei dir? Nein, nein, nein! Nein, nein! Der scheiß Ganna! Wo ist denn? Steh auf jetzt! Ich hab den Ganna hier! Ganna ist tot! Okay! Ich muss wieder die Treppe hoch! Hallo? Von wo hause ich denn wer? Okay! So, okay! Boah, meine Güte! Los! Ich bin da! Ich bin da! Da kommt ein Dicker! Ich würde ihn gerne den Kopf abhacken! Aber, äh, nein! Alle das Dunkeln! Ja, ja, ja! Los, lauf durch! Wir laufen durch! Ich bin, lauf! Hier ist ne Falle! Wir müssen bloß gucken, dass Gruber und... Hier ist... Hier geht's... Ah! Hier geht's runter! Kommt ihr bitte mit! Ich komm runter! Da kommt einer! Da kommt einer! Guck mal, hier ist nichts! Ja, ich bin neben dir! Ich bin neben dir! Ich bin neben dir! Oh, toll! Äh, hier geht nur ne Leiter hoch! Auf der anderen Seite denn auch? Nein! Das heißt, der Weg war falsch! Ja, dann komm! Hier ist dunkel! Ich seh nichts mehr! Hier! Zu mir! Ach, da! Ich bin auf dem Weg nach oben! Da lang! Hier ist Ammunition! Ah, super! So, ich glaub auch da lang! Hier, da, da, hier! Ja, okay! Grober, Karilien sind da! Seid ihr da? Ja! Ja, ich glaub hier kommen wir runter, ne? Ja! Okay! Hier oben! Warte! Hier ist nix! Hier lang! Vorsicht, Vorsicht! Hinter uns, glaub ich! Ja! Okay, hab ich! So, hier lang! Hier ist einer! Oder zwei! Nicht mehr! Da sind welche, da müssen wir wieder rüber! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Aber die Balken sind dicker, also los! Ja, okay, okay! Du lauf vor! Oh nein! Da nicht! Ah! Seid ihr bei mir? Weil sonst seht ihr nichts! Also du zumindest! Ich glaub die Bots sehen ja trotzdem, aber... Ja, die Bots haben so eine wunderbare Richtung! Äh, ja, hier so? Okay, 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 okay! Ja, super! Ja, super! Okay, dann äh, lassen wir uns mal weiterlaufen, damit der Gruber dann vielleicht einfach zu uns teleportiert wird! Der kommt! Er kommt! Da hinten sind, glaub ich, noch welche! Oh! Ich hab hier... Hier geht's lang, glaub ich! Ja, ja! Okay, okay! Warte! Hier ist ne Kiste! Moment! Da ist nix drin! Okay! Meine Güte! Hier lang! Ich find das schon ganz cool mit der Fackel! Ihr müsst aufpassen, hier sind Fallen! Ja, okay! Du läufst vor! Ja! Was ist hier? Warte! Ich glaub wir müssen hier runter! Einfach! Okay! Ach! Ach so, das seid ihr nur! Meine lieben Damen und Herren, ist das übrigens in Wirklichkeit in einem Dungeon, wo es keine Fackeln an den Wänden gibt? Es ist kacke! Ja, aber normalerweise sind ja Fackeln an den Wänden, natürlich! Hier war seit 5000 Jahren niemand mehr! Es ist bloß bei mir! Hehehe! 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 Die wie kommt denn dann noch?! Okay! Come on! Follow me! This way! Follow me! Heheheh! Okay, nix drin. Seid ihr da? Ja, ich bin hinter dir. Hier kommt einer. Hoch oder runter? Ich würde ja instinktiv mal hoch gehen, aber... Ja, lass uns... Ja, äh... Hier geht's nicht lang. Also runter. Okay, okay. Runter. Dann nimmt das Spiel uns einfach die Entscheidung ab. Warte. Hier ist nix. Hier, geradeaus. Ah! Knochenkammer. Interessant. Hier ist ein Gift. Ach, ich bräuchte gar nicht. Doch, bräuchte ich wohl. Die haben mir wieder alles weggenommen. Toll. Gut. Los. Du hast die Fackel runtergeworfen. Ja, manchmal klappt das. Ich glaube, hier kommen mehr. Ich bin da. Schnitzel, Schnitzel. Oh, meine Güte. Nein, 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 nein! Wo bist du denn? Oh nein, ich komme hier gerade nicht weg. Ah! Verdammt! Nein! Bist du frei? Okay, wahrscheinlich musst du mich jetzt retten. Kann mich mal jemand heilen, bitte? Ja, Moment. Moment, wo bist du? Bei der Fackel. Oh, oh. Hör da was. Danke. Sollen wir erstmal weiter? Äh, ja, lass uns. Ähm. Ah! Hallo? Da haut mich wer. Nimm Anlauf und spring rüber. Ja. Hier ist doch nur eine Fackel, glaube ich. Ah! Ah! Da kommt er endlich. Da müssen wir ja runter gehen, oder? Wahrscheinlich nicht. Obwohl, da geht es aber weiter. Oh, eine Truhe, Truhe, Truhe. Wir können erstmal hier bleiben, aber da unten geht es weiter. Also auch. Nein, hier geht es nicht die Krippen hoch. Poison Rett! Danke. Hier ist Heilmittel. Meinst du? Den Drink kann jemand anders haben. Okay, den nehm ich. Oh, da ist noch eine Ruhe! Ach, scheiße. Wo sind die? Und runter. Scheiße, ich habe keine Bombe mehr. Äh. Warte mal. Ne, da runter. Sie kommen. Hier runter. Sollen wir sie eben bekämpfen? Wo bist du? Ja. Okay, wir sind tot. Hinter uns, hinter uns! Was? Oh, 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 oh. Okay. Wir haben sich erledigt. Okay, runter. Ja, dann müssen wir, glaube ich, runter. Ja. Gut. Was war das für ein Geräusch? Hier geht ne Dings hoch. Ja. Dann würde ich sagen, da müssen wir dann nur hoch. Ähm. Wie lang? Ah. Nee. Hä? Hä. Hä? Hä? Dann denke ich aber schon, dass wir da hoch müssen, oder? Ja. Ach, da ist ein Loch in der Wand. Ach, da. Ja, super. Ja, da ist auch das Artefakt. Ja, okay, ich spring rein. Krieg ich das diesmal? Ich bin gerade auf dem Weg, rüber zu retten. Ich bin wieder zurück, ich bin wieder zurück. Lass uns mal, ich nehme mal meine Fackel und werde kommen mal ein bisschen dein. So, lass uns mal hier stehen. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ah! Jetzt rennt doch nicht immer in die Menge. Was soll denn das? Ja, nicht in die Menge. Ich muss noch ein bisschen strafen. Meine Güte. Ah, ich habe die Hooprat. Okay, 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 okay. Wieder zurück zum Alphars. Meine Güte, jetzt gleich kommt sicherlich noch eine Hooprat. Ja, kommt jetzt auch eine Dicke diesmal? Also ein Oga-Typ? Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe in ständig, dass da keiner kommt. Da ist er. Oh nein. Da ist er. Au! Hilfe! Ich komme mir nicht weg! Oh, er ist tot. Aber ich auch gleich. Ich kann mich gerade nicht heilen. Ja, warte, lass mich bitte mich erst heilen, bitte. Ja, Moment. Oh, meine Fresse. Uh, okay, ein Ausgang. Ja, hier da hinten. Da ist nicht. Ach so. Na dann. Was war es denn für ein Artefakt, um das mal so nebenbei zu gehen? Es war eine Flasche. Ah. Oh, hier, guck mal. Nichts drängst. Wieso ist da nirgendwo was? Die Kisten mit nichts mag. Oh. Hallo. Was soll das sein? Geh runter. Yo. Okay, lass uns. Hinter uns ist wieder irgendwie so ein komischer Giftnebel oder wie das hieß. Ist doch auch gerade. Da oben ist ein Globadier. Na toll. Ah, direkt hier. Ich versuche den. Wo ist der? Okay. Ich glaube, er ist irgendwann mittendrin auch gestorben. Komm. Okay, move for the surface. 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 Das ist kein Microsoft. Ah. Ah. Oh. Warte, ich habe meine Fackel nicht. Äh, da. Okay. Moment. Ja, ich sehe es hier gerade. Ja, ich sehe es. Ich nehme meine Fackel auf. Boah, meine Fresse! Ah nein, 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 nein! Alles gut, alles gut, solange jetzt keine dicken kommen. Hä? Man kann die anstecken mit der Fackel? Komm, 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 komm! Oh oh, hier sind welche. Hey! Was ist? Oh oh, da unten! Kruger ist hinter uns. Ich helfe Kruger gerade. Ich auch. Ich helfe Kruger, helfe Kruger! Wir haben mal eine gecheckt. Haben wir es da unten? Ne, wo ist meine Fackel? Da. Boah. Määääääääääääääääääb! Määäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääb! Ich nehme die mit! Ich nehme die mit! Nimm deine Fackeln mit, vielleicht bringt es ja was! Gerechen, komm rein! Sofort! Kommst du rein! Hab das jetzt! Ne! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Wo ist Gerechen? Jetzt zu! Du hättest mich beinahe verrückt gelassen! Beinahe! Beinahe, mach ich weg! Wollte doch meine Fackel mitnehmen! Habt ihr eigentlich auch eine Seite, also du eine Seite freigeschaltet? Ja, hab ich auch! Ey, meine Spielmission! Ich habe einen Auftrag erledigt! Das ist schön! Wüffeln! Wüffeln! Yippie! 3 diesmal! Ein Schmuckstück! Ist nicht wahr! Grünes Zepter! Schmuckstück für wen? Ich habe keine Ahnung! Schmuckstück! Ein Flicken-Amulett-Schmuckstück! Gruppenbehandlung! Wenn sich der Träger mit Verbandszeug und Heiltränken heilt erhalten! Verbündete im Umkreis von 15 Metern 10% ihrer fehlenden Gesundheit zurück! Das ist ja schön! Ich habe den Schlacht-Zepter des Ruins für die Magierin! Ach, ja! Im Fernkampf getötet! Pseudonyma! Zugefügter Schaden! Pseudonyma! Sturmratten getötet! Hisho! Elite-Schaden! Ne! Erlittener Schaden! Elite-Schaden! Hat Kirillien gekommen! Elite-Schaden! Insgesamt getötet! Hisho! Kopfschüsse! Hisho! Elite-Einheiten getötet! Hisho! So kam mir das auch vor! Ah, super! Ah, ja, schön! Ach, es kam dir auch so vor, als wärst du der Tollste gewesen! Ne, ne, es kam mir so vor, als hätte ich wahnsinnig viele Elite-Einheiten getötet! Vor allen Dingen, irgendwelche anderen Leute töten immer alle, aber zugefügter Schaden Pseudonyma! Ja, Feuerbälle! Aber ich töte niemanden! Ich füge zwar Schaden zu, aber töten tue ich niemanden! Wir machen, wir machen The Final Cut! Ich bin ein pazifistischer Schadenzufüger! Ah, super! Ja, ähm, das war schön! Äh, das nächste Mal geht's den Beschwörern an den Hals! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Tschüss! Bis dann! Ciao! Ciao!